Eigentlich nicht, ich bin zum ersten Mal hier, aber es ist einfach unglaublich schön. Diese ganze Platzung mit dem See hier, einfach schön. Sebastian Kaiser von Bild, Frau Bach, beginnt nochmal mit einer Fangfrage. Mit welcher Sportart können Sie denn mehr anfangen, mit Tennis oder mit Basketball? Natürlich mit Basketball, ja und Bälle, aber das ist ein bisschen größer, Basketball, ja, sag ich mal, ja, und direkter irgendwie, man kann schon wirklich noch zusehen, die Hände, nur die Hände, nur die Hände. Und wie verfolgen Sie das in dieser Woche, sowohl das für mir, als auch dann die Finalserie von Mauro, du? Ja, ich guck mehr waschen, meine. Und packt erst, haben alle mal die Meiste geschafft, oder was haben Sie mit dem Fühl? Ja, auch. Ja, für die, die es nicht wissen, Mauro Loh ist ein Spitzenspieler in Deutschland im Basketball, die Mara Alba, und ist Nationalspieler, und das ist die stolze Mama. Ja, deswegen hat es natürlich auch ein Sport gehen, weiter dort Platz, leider nicht an einem großen Tennisspieler, aber immerhin an einem Basketballspieler, der kann das schon.